Wir könnten so viel von den Walen lernen, wenn wir erst einmal lernen würden, ihnen zuzuhören. Unsere Figur Doc ist inspiriert von Paul Sponge, ein Neurowissenschaftler und Walforscher. In den 60er und 70er Jahren hat er am Vancouver Aquarium die Kommunikation von Orcas erforscht und fand heraus, wie hochintelligent diese Tiere sind. Als er sich dafür aussprach, dass die Wale in Freiheit leben sollen, wurde er jedoch gefeuert. Allerdings führte sein Protest zur ersten Greenpeace-Wahlkampagne im Jahr 1975. Dabei knüpften die AktivistInnen auch an seine Forschungsarbeit an. Über Musik wollten sie mit den Walen Kontakt aufnehmen. Operation Ahab, ein Live-Hörspiel. Am 10. August Open Air auf der Kurzbühne im Mainzer Schlossgarten. Tickets jetzt erhältlich. Willkommen an Bord.